mal chris wir müssen noch was zu deiner kata machen ohne es gehen das ich habe ihn skinnig ausgelesen nein nein es tut mir leid ich habe mir doch doch gerade noch gekauft ich habe mir den skin doch gerade eben noch gekauft und ich pick sie ich habe mir ungefähr von einer stunde katharina skim gekauft ja ich habe nicht ausgewählt wie wir ich habe einen ausgewählt ja auch das ist kein ausgewähltes müssen besser gewesen wenn du viele mensch machst überholst du das handelort ungefähr mit level 9 dann von dem her ich weiß nicht wer was des feier squares kink mal alle kink mal alle kink mal damit das checkt der wird der altert schon keine sorge der altert schon in der kluft mit einem rips ich gehe nicht vor ich gehe nicht vor ich komme wir haben noch ein stone das ist bestimmt wer ist da wer das kann ja noch hier unten sein hat jemand das meine ich ich habe ein wort warte 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 noch okay sind sie nicht ja mitte mitte kuckuckuck das hatte ich helfe Geh du runter, ich helfe. Geh du runter, ich helfe. Geh du runter, ich helfe. Weis schon. Okay, für First Blood Cutter. Ich hab keine Ahnung, ob das das bringen wird für mich, ja? Nur so nebenbei erwähnt. Doch, weil du mehr XP hast jetzt. Du wirst schneller Level 2 und 3. Verdammt, ich bin ja schon fast Level 2. Oh geil. Ich hab das Item deswegen. Und das ist eh gut, dann lass mir die mal kurz pushen. Lass mich den holen. Oder den nächsten. Den nächsten. Dann kann ich auch mal versuchen ran zu holen, ist easy. Ach Harry. Use dein Mana, bitte tu es. Ja, sorry. Ich wüsste, ich hätte den Jump skillen sollen als erstes. Als zweites. Komm, mach deinen Q, mach deinen Q. Ich weiß, dass du ihn ready hast. Danke. Warum hab ich Lags? Ich hab keine Lags, oder? Nein, hab ich nicht. Wunderbar. Ah, du willst mich zonen. Oh, da ist ein Graves. Hi Graves. Na? Boah, lass mich durchlaufen. Ich könnte den Großen holen. Warte, lass durchlaufen. Hä? Ja. Aber die Q sind raus, dass du es gesagt hast. Weg. Boah, Jungs, der Q ist irgendwie voll mächtig jetzt, kann das sein. Den haben wir wieder mit dem gemacht. Wir haben eine bessere Skalierung. Finde ich super, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich immer richtig geil, gerade. Das macht mich richtig rattig, ey. Das geht ja gar nicht. Ich bin ja männlich. Scheiße. Das macht mich richtig, ähm... Rollig. Rollig. Ja, das ist das Wort. Egal, Leute, wir haben eine Videos. Ich verkacke so viele Last Hits. Hm? Und ich gehört so viele Last Hits für kacke, ne? Echt, ey. Boah, was war das denn? Eieiei. Oh, use den Mana, du Fotze. Oh, use this. Nehmen wir den da. Das war richtig geil, Mann. Boah, use mehr Mana. Hm. Das war gut. LoL! Oh, ne! Da, ich seh's. Die hat den Mana weg, die Perle. Ich hab keinen Flash mehr. Ja. Graves kommt jetzt wieder runter. Geh, ja. Komm, use dein Charme. Hier bin ich. Nehmen wir einen. Hm. Ja. Warte. Alter, die hat nur 19 Farm? Was ist kaputt mit dir, Ari? Wie? Die hat mehr Farm als ich. Die stehen immer nicht gut. Ja. Die machen so richtig gut eigentlich. Ich mach's. Ich mach's nur, wenn ich voll Mana hab. Dass ich mal so rein. Du. Oida. Scheisse. mann scheiße die sind miss beide also also gravestar gerade kurz mit der aris jetzt miss wahrscheinlich bekommt die blue ja Ist die Null? Ja. Oh, pass auf, pass auf. Ah, ich zieh ihn vielleicht ran. Wenn ich ihn krieg, vielleicht. War Gravescut im Try? War ich unten? Ja, ja. Ja, der ist hier, der ist hier, der ist hier, der ist hier safe. Der ist safe hier, der ist safe hier. Ich zieh ihn, ich zieh ihn, ich zieh ihn. Wenn ich kann. Warte, 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 warte. Ja. Nein. Ah, fuck. Was ist noch da? Ich bin fast tot, Cut Six. Oh, da ist Ari noch. Ich hab halt jeder Ding-Rating. Keine TP? Ich hab keine Moana. Oh, da sind beide weg. Oh, nö! Blöd Mann, mein Trick ist passiv. Komm lass mal kurz ab. Back-in. Ne, ich bleib. Wegen EXP. Mein erste Item ist eh ein Ward-Item. Das ist nicht so schlimm, wenn ich länger bleibe. Achso, ja, du hättest eigentlich schon Back-in. Ja, ja, okay. Natürlich auch den Farm haben. Dairon miss. Okay. Einmal kurz, einmal kurz die Comp raushauen. Der Baron ist miss! Miss? Okay, scheiße. Dann kommt gleich zu dir in die Mitte, kriegst der Baron die Schlange. Passt. Wenigstens hat Leona Ulti raus. Oh lol. Was? Gönnen wir mal ein Pink-Word. Okay. Ah, Top-Lang kann ich nicht ganken. Ich würd' den ein bisschen anders balden, ne, als sonst. Bitte? Bitte? Ich würd' den anders balden, ne, als sonst. Ich kauf mir keine Iceborne Gauntlet. Achso. Garen, bei dir, Chris? Ach, Garen, wer ist... egal. Alles Kacke. Und Ari, keine Ulti, ja. Hätt' ich nicht gedacht. Ich glaub' das war Max-Max-Range. Ah, ne. Ich nehm' mir den Großen dann, ja. Hm. Ich warte mal. Dragon auch. Oh, da ist schon ein Graves. Kommt mit, der wahrscheinlich. Mal wieder? Cool. Ja, der kommt mit, der ist hier. Ah, ne, der ist noch da. Jetzt kommt er runter. Pass auf. Kommt zu euch. Ah, ne, der macht die... Moment, will der gleich? Pull ihn. Pull ihn vielleicht. Ich pull ihn. Komm. Scheiße. Ich dachte, der followt mich vielleicht noch. Hm. Das ist ja schlecht. Tarsix macht grad echt einen guten Job gemacht. Kann ich sagen. Nehmen wir den hier oben. Ups, sorry. Was doch... Graves war bei dir in Blue. Kommt wieder runter. Oder er kommt Mitte. Graves kommt Mitte. Okay. Ne, er geht zum Dragon. Ne, er geht zum Dragon. There are no TP. Also, ich schätze ich mal, geht er vielleicht runter. Ja, kommt runter, pass auf. Warte. Wenn er jetzt kommt, warte. Warte. Warte ich Pull ihn. Hm. Okay, er geht wieder hoch. Alter, der ist... Ey, jetzt geht er wieder runter. Ne, nein. Ne, nein. Ich glaube, er will einen Lane-Gank machen. Der ist da vorbeigegangen, ne? Ich glaube, er will einen Lane-Gank machen. Ich komme. Ich habe das Gefühl, der ist im Busch dahinter. Ich habe das Gefühl. Könnt ihr? Ja. Da ist doch gesagt. Ich habe es doch gesagt, der ist da. Ich habe es gewusst. Nice, nice. Komm kriegst du auch noch. Ich denke noch, wenn es geht. Mir geht. Okay. Ich gehe eh auch weg. Oder wir könnten... Nee. Ja, obwohl es sind alle drei tot. Nee. Gowen hat ein Telepol am Schluss. Er hat keinen Teel. Er hat keinen TP. Achso. Er hat ihn gerade gelust, um auf die Lane zu kommen. Egal. Oh, ich lebe noch. Hohoho. Scheiße, ey. Ich habe gewusst. Direkt als sie weg springt. Jetzt kann ich sie ran pullen. Ich habe auch mal noch einen Pinkguard. Ich komme gleich weiter. Ich gehe mal kurz so Mitte-Dragon alles worten, damit wir den bald machen können. No. Okay. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Oh, Garen. Mein Lieber. Nervig... Lass mich... Ah! Graves, Top-Lane? Gotcha, bitch! Mhm. Ich komme gleich runter. Graves, ich habe hier überall gewordert. Die Tower zum Deppen. Ah, ich komme zu euch. Genoss mich zu stun und so auch. Graves könnte Richtung Mitte move'n. Ich glaube sie hat gewordert. Hm. Ich glaube sie hat gewordert. Ja, gris. Mit meinen Farmen, du unsäglicher... Ja, wie soll ich sie die ganze Zeit tanken? Guck, ich tank sie eh schon für dich. Jetzt kriegen wir beides. Natürlich doch nur ein bisschen flame. Ich habe sie! Nice. Ich habe sie wieder ab. Vielleicht kriege ich sie. Ich verletze mit Tower, ne? Oh! Oh! Geh, geh, geh. Ha! LOL! Dadurch! Ja, ich dachte sie entgeht weiter. Aber... ...hanscheinlich... Und... Auch gut! Wir sparen mal ein bisschen Manna ... Die kommen alle hoch. Tristana kommt euch auch hoch. Die sind beide relativ früh Mafia. Die kommen auch hoch. Aufpassen! Die kommen auch. 官essa fände. Die jump oben drüber bestimmt. Kitack dich. H cruel день ist schwer zufahren. Nein scheiße, ich habe verkackt. Ari. Ich habe! Sorry. 1938 ist immerขreikt. Nein Scheiße! Alter, er war Ig는 ... ...f*** omg dir. Dich, Alter. Nein, ist die niemals. Ist 10. Nein, 5. Machst du wie? 5. Achso. Niemals. Könntest du knallen. Ja! Noch mehr CC, bitte. Ja, CC von denen ist krass. Obwohl die Ari, muss man echt sagen, die peilt gerade gar nicht so wirklich viel. Das war jetzt gerade die erste gute Aktion von ihr, die sie gemacht hat. Ich gehe mal in die Mütter. Die machen Dragon. Die machen Dragon. Warte, ich bin auf dem Weg dahin. Obwohl, ne, obwohl ja doch machen die. Ne, warte mal. Die macht alleine. Die ist nicht hochgegangen. Ah, ne, da ist sie. Ich schmeiß mal den Brot da runter. Ich habe halt deinen Tower gehalten, ne, Krass. Ja, von mir aus kann er auch fallen. Dann kann ich gut bummen. Oder besser bummen. Wie gesagt, die Ari ist noch auf der Lane. Ja. Schilde dich wieder hoch. Ich habe auch ein Schild für dich. Jetzt. Vielleicht zu liegen, ne. Ich nehme mir den Großen dann auch. Du sitzt auf und wieder am Farmen, ne. Wie ein Mitzker. Und wenn du hoch willst. Eigentlich ist es hier ziemlich entspannt. Er hat jetzt langsam keine Schnitte mehr gegen mich. Ich ärgere die mal ein bisschen. Ich komme hoch, ich komme hoch, ich komme hoch, ich komme hoch, ich komme hoch. Ich gehe mal hoch, ja. Ist ja im Boden. Er kommt. Das war ein Lane-Gank. Das war ein Tower machen. Das ist noch schnell ein Tower. Oh, wir sind beide weg. Noch was easier für den ersten Teil. War lustig, dass ich den noch gesehen habe, den Graves. Ja. Habe ich mir auch gerade gedacht, jetzt runter, ey. Als wäre es da rein in ein Getschel oder sowas, dann wäre das vielleicht nicht so gut ausgegangen. Wenn sie jetzt kommen, machen wir einfach Tower und dann holen wir wirklich einen. Du hast Blit-Buff-Kuss. Loll. Warte, mach schnell einen Tower und dann machen wir einen Hinsicht. Wir haben den Drake immer noch nicht gemacht, Loll. Ja, aber wir haben jetzt zwei Objectives genommen. Bei Birdland hat den auch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ari ist übrigens ein Mist. Pass bitte auf da unten. Ja, wir haben genug Wards. Ich gucke die ganze Zeit schon auf den River. Okay. Ich muss aber weg, ey. Ja, passt schon. Komm mal Mana. Ich brauche mir den Details Essence, Reaver. Oh, da ist ein Pink Ward. Gleich markieren. Scheiße, ich brauche noch 200 Gold, ey. Dann kannst du mir die Golems denken? Ne, ich muss weg. Warte. Warte, warte, ich kann... Die hier soll das noch mitdenken. Da haben wir Mana. Oh, lelele. Ja. Denken wir mal die Golems, bitte. Das ist genau die Kunde, die ich brauche. Der hat Athen ins Pferd. Wie stehle sie dir heute? Ja, keine Ahnung. Ich verstehe doch da, die Bild nicht. Doch, Athen ist okay. Das machst du doch auch, wenn du back gehst, dass du nicht genug leben soll. Geht ab mit dir, Alter. Ich brauche Hilfe am Tower. Ich glaube, an deine kriege ich den nicht, bitte. Aris, Arta. Ey, was soll denn das jetzt? Warum? Oh, heiler. Das war es doch nicht. Wie dumm bin ich denn jetzt bitte gelaufen? Oh. Sie ist, glaube ich, ein Vorteil gegenüber dir. Sie hat jetzt schon gerade die Uhr ausgebaut, weil sie gerade weg war, ne? Mh, 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 mh. Höchstens dann Tower, wenn ich sie da reingebaut kriege. Ich nehme mir eine. Easy, Alter. Und die wolltest du jetzt aber haben, ne? Oder wolltest du die mir unbedingt geben, ey? Also eigentlich wollte ich die haben, aber eigentlich sollte sie doch nur sterben. Ja, jetzt kannst du weg. Okay. Hm, ne, warte mal. Und die sind könnte eigentlich noch... Ja, kein Sex kommt runter, warte. Ja, kein Sex kommt runter. Ne, der macht Dragon, nice. Lass uns den Dragon machen und danach können wir engage. Oder so. Garen ist Mitte-moved-Botland. Aber die haben voll Mana. Okay. Warte, ich nehme den Großen. Ich nehme den Großen. Graves ist topside. Beide SS-Bot. Beide weg. Beide Full-Life. Beide Ulti. Oh, Phyllis, bist du schon entspannt mit dir, ne? Ich höre, geh, geh. Ich höre, geh, geh, geh. Geh, geh. Ich will einfach mal meine Schuhe ausbauen, wa? Stone, stone, stone. Geh mal Mitte-roam. Ich bin mal weg hier. Ja, ja. Katta, Katta, hi. Hi, 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 hi. Ich komme auch mit dir. Oh, die hat nur das Dingens-Item ausgebaut, lol. Die sind zu fährt mit den, ne? Ja, Ulti in 20. Lass ich. Lass die pushen. Und lass mich einen reinpullen, oder so. Meine Form! ich muss eigentlich zu holen ich muss eigentlich top lane ich gehe top lane nein ich gehe top lane nice flash und ult ja mann geil ich pull sie jetzt nochmal pass auf du lassst du mal schreien noch weiter irgendjemand pull ich jetzt vielleicht auch mal gucken warte ich kann nicht auch reingehen ich kann nicht ich mache putz mal chill 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 machen naja deswegen warte lass mich den großen lass mich den großen hab ich nicht bekommen die andere spot lass mich jetzt ein graves ist auch da aber tristana ist bot ne nur äh graves zone graves zone den haben wir drei sekunden hab ich wieder pullen komm 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 er kann nicht weg und garen ist bot top ja deswegen meine ich komm 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 den schaff ich den hole ich kann ich immer noch holen fuck jetzt nicht mehr aber wir können bot lane bleiben und durchpushen oder zumindest hier druck machen obwohl na jetzt müssen wir mit der mitte 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 holi lu 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 oh ja garen miss garen miss das ist größer machen wenn er jetzt noch wieder kommt warte leona kommt da ist nix ari mitte oh leute sind zu viele worts garen gekommt hinter mir her oh oh ulti raus von äh lass mich was pullen oben 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 fuck ich bin scheiße dann hast du den pull wieder ready fünf vier drei zwei eins lass mal ein paar minions ich geb dir noch ein schild guck du kriegst kein damage oh jetzt kriegst du den CC ab da Arschloch das wird Rache geben ich pull irgendjemanden jetzt ist ja eh egal wenn ich irgendjemanden krieg mein lieber aus mir ich den Großen jetzt lasst mir den Großen lasst ihn mir lasst ihn mir danke Entschuldigung ok ich kann noch irgendwas pullen irgendwas kann ich noch pullen ich bin jetzt auf Doom von meinem Team hast du euch schon kill? nein oh oh sorry sorry wie war das mit Support Adi Carry? 3000 Gold ich muss noch back ey oh ja definitiv du solltest du eventuell ja ich mach mal noch bissl damage an der blauen bitte ok mach ich aber ich brauch den doch ich sag dir bissl damage hätt ein Tapp und Ulti oh ich kann kein Ulti machen bei dir das ist dir bewusst oh K6 brauch Hilfe danke oder auch nicht oder auch nicht ne doch nicht ey wir sollten mal auf Bluttrinkels auch bei aller meiner Rest mal aufpusten ich geh hoch ne ich nicht sorry wegen warjump ja das stimmt das ne das ne on my way oh nö jetzt hab ich meine Zigarette verprasster deine Ziggy deine Ziggy deine Ziggy amana komm mit der Arme ich hab extra Ignite geballert man lass mich den großen lass sie mir lass sie mir lass sie mir den auch den auch ey ich push den Toplan Turret die Wimmel doch irgendwo den kannst du haben lol File 5 Gold Graves Coplane Graves graves Diven 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 Ich habe keine Ahnung, warum ich so viel Schaden mache. Okay. Hier, nicht. Okay, ich bin scheiße gefiedert. Daran liegt es. 5, 4, 3, 2, 1. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Yes! Gib dir Schild. Nein, da will ich jetzt nicht rein. Schild. So. So. 3, jetzt 2, 1 und. Scheiße. Der K6 post Bord. Ich gehe Mitte, ich mache Mitte Druck. Okay, nein, mache ich nicht. Okay, jetzt aber. Lass mich, ich habe Pull wieder ready. Ich bin geschahmt worden. Ich habe keinen Flash mehr. No, 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 don't die. Lauf einfach, einfach laufen, einfach jetzt laufen. Er will, er will. Einfach gehen, einfach gehen. Okay. Der will dich. Drake is up. Lass mich den Großen, lass mich den Großen. Okay, Drake, 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 Drake. So. Zack. 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 Graves is here. Graves is here. Graves, 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 graves. Harry und Trissana fall on. Graves is here. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da. Scheiße. Er ist, ah, er ist noch da. Ah. Meins. Echt, noch was, noch was, zack. Hier. Nimmts. Nimm die, ich tank, ich tank. Na, okay, warte, er hat nichts ready. Deswegen. Ich tank auch. Oh, 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 jetzt aber. Naja, hab dir extra das Schild gegeben, so. Pass das, ich geh weg. Nimm dann. Schaden? Warte. Okay. Ich geh top. Damage ist besser als Schaden. Was? Aber ich auch nütze, ich könnte schaden. Komm, man, no. Ich ärme er sich. Jetzt habe ich mein ganzes Bild das falsch umgebracht. So, ich habe, wie viel, wie viel Leben hat denn der Garen? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Okay, Baron, Baron, Baron. 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 Ich möchte vorher back in. Baron. Baron. Ich möchte auch nochmal back, ey. Wer jetzt jetzt warten. Ja, geh back. Und dann Baron. Ich warte jetzt gerade. Und dann pullen wir irgendwas da. Ich clear jetzt gleich. Moment. Jetzt komme ich. Ich fange an zu clear'n. Jetzt. Jetzt. Erstmal clear'n. Erstmal clear'n. Erstmal clear'n. Ich komme. Erstmal clear'n hier. Ich komme. Erstmal clear'n hier. Hier, zack. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Die bleibt hier. Ha, hey, die und die reingezogen. I love you. Es ist gekriegt, ey. Ja, da war doch mein Sunfire-Band. So, jetzt Baron. Das ist alles gecleared und geworden. Komm, hopp. Ich tanken, scheiße. Ich kann auch tanken. Ich will aber. Ich tank aber gerade. Nur weil du das willst. Ich komm. Pull was. Ich pull was. Hilfe. Hilfe, hier. Ja, alter. Da hatte ich jetzt keine Chance, irgendwas zu machen. Gerade nicht. Egal, easy win. Du gehst nicht zu meiner S. Ja, alter, alter, alter. Und das noch einer. Den krieg ich auch. Eigentlich wollte ich den. Jetzt haben wir noch kein Baron, sonne Schätze. Aber nicht, nicht, wenn Chris tot ist. Doch, kannst du machen. Mach, mach, mach. Geht. ich kann ganz in ruhe machen die kommen nicht darauf alles geht ein schaden komme ja aber er hat das bluboff der schreit nach mir hau ab chris ich sag es dir chris braucht ja kein blue mehr ich brauche blue hallo cooler redaktion hallo mann op ist das krig zu baj 꿈 wenn man kommt ich gehe ein bisschen fort worden wurde go 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 sim beurkert man ich lass euch forcing Das ist doch nur nicht perfekt für meine KDA!